Herzlich willkommen zur nächsten Folge Prison Architekt. In der letzten Folge haben wir ja den Sicherheitsraum gebaut und das haben wir noch gemacht, das ist mal ein bisschen lange her, Pause. Wir sind Zellen gebaut, aber mehr auch nicht. Und somit, sag ich, geht es dann auch mal gleich weiter. Und zwar Versorgung, Stromkrausen gelegt, die muss ich noch fertig planen. Und ja, dann könnt ihr auch jetzt mal direkt oben beim i abstimmen, welches Projekt ich mal anspielen muss, anspielen soll, heißt, das Projekt werde ich dann so drei, vier Folgen dafür anspielen, die oben verlinkt sind, also abstimmen. Und wenn ihr wollt, kann ich dann daraus eine ganze Staffel produzieren oder es bleibt nur bei einem angespielt und geht dann später mal weiter und dann sag ich mal, starten wir das Spiel und gehen in Bürokratie. Und ich möchte Überwachung und noch Fernsteuerung und noch eine besondere Forschung. Dann wird das hier erforscht, können wir mal kurz hier bei unseren Häftlingen passen, soweit alle. Großsicherheitsstufe haben wir noch keinen. Und dann kommen bald die nächsten. Unsere Zuschüsse werden dann heute ein paar Witte abgehakt. Programme. 16 Uhr eine Grundbildung abschließen, okay, gucken wir und dann bauen wir mal kurz in einer Timelapse die Zellen fertig und ich sehe euch dann gleich, wann ich die schnell durchgeplant habe. Okay, kurz Unterbrechung. So, was ist hier oben los? Äh, entriegeln. So, was hier auch immer los war, das gefällt mir nicht. Und deshalb ist es gut, dass wir Sicherheitsfraktion bauen. Perfekt. So, hier wird auch schon gebaut. Und dann sage ich mal, geht es weiter mit der Timelapse. So, jetzt bin ich hier nach der Timelapse wieder. Und haben soweit hier alles geplant und gucken jetzt nach unseren Zuschüssen. Einmal, haben wir erledigt. So, stellen sie zwei Hundeführer auf eine Hundepatrouille, okay, dann machen wir Hundepatrouillen, aber somit sind wir schon mal noch ein bisschen stärker. Aber, bitte, fristere ich hier entfernen. Und, wir trainieren jetzt einmal weiter. So, Raum, Zwinger. Zwinger. Theoretisch könnte ich noch draußen bauen. Ich hab' die Idee, aber später. Objekte, nein, Türen. Sichere Tür. Eins. Zwei. Kurz vorspunen lassen. Dann legen wir hier mal Strom. Und mal Wasser. So, Kukratie, Fernsteuerung, gut, Waffenkammer wird freigeschalten. Warum kann der Bereich nicht erreicht werden? Achso, deshalb. Dann. Achso, ups, hab ihr bestimmt schon alle in die Kommentare geschrieben. So, eine Gefängnistür hierhin und somit sollte das alles passen. Genau, jetzt kann man auch hierhin. Perfekt. Super. Der Raum tue ich fertig, ja. Dann tun wir auch bald Gefängnisarbeit einführen. Und dann soll es auch ein bisschen Licht mit der Kriminalität hier in dem Gefängnis. Und dann versuchen wir mal ein bisschen Licht weiterzubauen. Nehmen wir mal wieder die Priorität drauf. So. Und hier auch die Duschköpfe mal bitte reparieren. Gut, jetzt können wir endlich den Zwinger bauen. Und zwar den Zwinger. Den Duart könnten wir dann... Hintenab. 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 Philpfe. bombers. Hintenab. 3. so und könnten es verhindern dann bitte einmal schnell bauen dann können wir auch hunde führer einstellen und zwar auf patrouille einmal einsatz hier eine einplanung für später wann die mauer steht davon hier gerne patrouillieren ach so da vorne noch sauntor personal nein nicht besucher sollte das auch später und eine patrouille nummer 1 eine violette durchführen und auf der ist runde patrouille 2 jetzt gucken wir weiter waffenkammer ist gleich da aber kurz objekte verkaufen das geht so schneller und bitte einmal zu kraschen waren es jetzt hier einmal alle bäume fällen perfekt so ein bisschen mehr geld von exporten bekommen so und zum schluss werden wir betoniert die waffenkammer installieren so werden wir dann auch hier mal leicht abgeschirmt die gefangene kommen hier brauchst du noch strom aber auch noch ein paar kondensatoren mehr so hier kommst du noch strom und wir verbinden dich und wir sind noch nicht gebaut ja und schnell verlauf jetzt können wir auf die ersten abhören jawoll ein betrieb und objekte werden verkauft die nächsten gefangenen kommen ja schon mit den besuchern dann schon alkohol gefunden mensch mensch das war eine tasche wenn ich das richtig gesehen habe und dann brauchen wir hier noch weiter zellen menschen nehmen wir aber auch alles mit verwahrungszellen brauchen wir auch noch so personal können uns wirklich ein bisschen mehr leisten wir auch 15 aufrunden krankenstation nein kommt dann auch noch aber jetzt kommt zuerst mal träume waffenkammer so dann spinne waffen ok hier braucht einmal allgemein den waffenschrank zack dann ein wind braucht ihr noch was tisch noch irgendein tisch kommt ihr auch noch so eins ok dann hat noch einen tisch sonst braucht ihr sonst noch was nein kommt ihr dann hier noch ein schönes schild waffenkammer ja einfach so weil es schön ist und dann gucken wir noch weiter mit schnellverlauf dann bitte die hier mal bauen so nächsten zuschüsse annehmen zählen block c da warten wir noch aber so dann müssen wir ein gemein weiter kommen schnellverlauf die zellen stehen ja bald stehen jetzt die telefonzellen ja dann verbinden wir die noch schnell versorgung ok alles angeschlossen und dann sage ich mal was dass wir die folge christen architekt und morgen kommt dann direkt ein neues angespielt was ich oben auch noch mehr in der infocard verlinkt abonniert aktiviert die glocke um nichts mehr zu verpassen und dann sage ich mal sehen wir uns beim nächsten mal tschau 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 tschau